Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legenda Edition Und der kommt natürlich direkt in einen Kampf gegen diese Silberhand schon wieder Störn mich jetzt nicht, weil... doch... Äh... Bestückt Falkenfeder nehmen wir auch nicht nochmal Gegengift Hey... Weißen muss auch relativ werden von Silberhand zwei Händler tatsächlich Aufschießen, das kann man natürlich auch im Kampf machen, das ist halt nicht ein Bayer-Schock Wobei die wird ja nicht im Kampf machen Aber natürlich auch nicht so viel zu machen wäre sogar der Leiche als... Ähm... äh... Dingskassen und ohne 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 Und... Zaubertrag sogar, hey... Ist doch gut! Oh, da, du bist... Oh, hier ist was! Der Kiste-Meister natürlich! Na, ja toll! Gräbnet wohl, na, hey! Aber das ist ein Gold! Und noch ein Gold-Sack! Das Geld zum Gold! Sack! So, Silber-Schwertwert! Na, hey! Wir werden so reich sein! So, so, so reich! So, so reich! Wo, 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 wo! Den hätte ich fast getroffen! Du darfst nicht einfach so bei mir reinrennen! Wirklich nicht! Du darfst nicht machen, du fangkass! Aber ihr... diese gebräten... äh... gib... 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 ne... hä? G... okay, 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 warte! Alles auf Anfang! B... Gräb... nes... Urne! So! Oder irgendwie... anders! Was? Was haben wir hier? Ein paar Tränke... Schwertergold ist immer gut! Gräbnisuhren... Ein paar Ringen... Magikar... Schick, schick, schick! Was ist nicht da? Das sind Steine... Steine, Steine, Steine... Eine Holztür... Noch ne Urne... Na, nicht mehr... Leichen, 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 Leichen... Noch ne Urne... Siehmer 50 habe ich jetzt schon wieder... Könnte beim nächsten Mal wieder unser Haus... Ich glaube, das mache ich auch... Weiter... Eher weitern... Heißt das dann? Ich glaube, nur erweitern würde auch schon erreicht... Ja! Ja! Ich... Trinke mal... ein paar... Trinke... Ich meine ja nur, weil... Ich... Ich... Ah... Ja, hier... Irgendwann... Geh... Geh... So, verkohltes Glivernay... Trankheitsheilung... Stahlrüstung... Stahlhelm... Oh! Und... Silberner... Und ich hab zu viel... Na, es ist ja wunderbar... der Eiselscheine... E-Ber-Rüstung... E-Ber-Rüstung... Ich mach das doch nicht mit... Beschlagnose Rüstung... Ja, das ist ja... Jedes mal wieder auf dem Weg... Oh... Ah... Aber die... 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 ... das lohnt sich nicht! Oder wie... Ja, okay... Auch hier... Ja, okay... das ist tatsächlich nicht so sehr lohnt naja verlassen ich nutze mal die Schnellheilung auf beiden Händen ey und das ist doch wunderbar wenn man das so hat ach wahrscheinlich weil ich den Fein habe ist der wahrscheinlich so mit guten Schaden denke ich doch mal Truhe, Amethyst, Gold, Ausdauer alles was das Herz begehrt gibt es hier in Ruhe dann kostenlos und für sie Adept, ja können wir schaffen ich bin ja jetzt schließlich Adept schlossknacke verbessert auf 22 gehen wir hin, Gold, Silberring Begriffnis ohne, aha, aha, aha und was haben wir hier? Ein Gegner, ach komm, warum überall die silberne Hand, frage ich mich ich dachte ich hätte etwas gehört überall 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 scheinen ja ohhohohohoho Gold, Silber, Barren, Eisenrüstung, hier beim nächsten Mal habe ich gerade auch ein Spiel, mache ich mal Ausdauer, weil da wird glaube ich auch meine, ähm, Tragfähigkeit erhöht ich habe schon wieder irgendeinen Scheiß mitgenommen, den ich nicht brauche Stahlschmerk das ist nun wirklich nicht viel wert äh, hallo, Silberne Hand, Gold das nehme ich immer mit ich könnte mir mal sagen, was du willst, ich nehme es einfach mit und ich muss mal hier Krankheitsseidung, vielleicht kann ich da mehr tragen äh, manche Krankheiten nehmen glaube ich Ausdauer weg und Ausdauer ist ja dann, was man tragen kann ach ja, es geht weiter oh, da ist noch eine Druckplatte für Fall und ich werde trotzdem natürlich reingeraten, das ist, äh, irgendwie dachte ich mir das ich hätte etwas gehört ja, so können wir es nicht um wen ich kann mich um genug genug, ja stimmt das ist genug gewesen mehr musste ich eh, jetzt habe ich schon wieder irgendeine Rüstung aufgenommen Feldstiefel seh ich oder kein Mensch hier hier natürlich nehme ich noch ein Schlag an oh in den Rücken das ist die Schmerztherapie da kann nur noch aua, 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 aua der Doktor hilft ich habe jetzt sogar den Kaiser aber nicht oben da gerissen tue Gold äh, hier ist auch nichts, auch nichts, auch nichts ich denke ich bin auch in die Krypta da würde ich sagen da ist ein schicker Platz zum lesen leerem leben und überlegen ob da jemand sei äh, 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 jetzt wird sich hier äh, ok ja, für was, steuern das wird wunderbar äh, die kämpft natürlich schon da unten, das ist gut da muss ich mich nicht mit denen auseinandersetzen was ja, mit gezogener Waffe ist natürlich auch nochmal ein Traum weil irgendwie sieht diese Waffe im Bildschirm immer so falsch aus wie die Spielchen und jetzt ist mein kommand kommandant genau auch passend, ähm aussen ne r r au weg äh zu viele Gegner Abwehren? Gibt's auch nicht. Hier, mit den linken Maushandeln. Das kämpft nicht mit der rechten. Oh, ein Lied der Rückkehr. Krankheitsheilung, Krankheitsheilung. Eisenrüstung, Silberner, Zweihänder. Dann nehme ich die silbernen Einhänder nochmal raus. So. Die sind zwar, ähm, huch. Äh, Silberner Haar. So, aber auf den Nahkampf kannst du nicht mehr. Da, ach, komm. 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 Ihr braucht etwas? Da wurde ich halt scheinbar auch von hinten angegriffen. Okay. Okay, 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 okay. Wir können lassen wie die Spiele. Äh, äh, äh. Ach Gott. Nein, 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 nein. Nicht der ganze Kampf. Nicht das ganze Spiel nochmal. Na, klasse. Ähm. Mach ich den hier ausnahmsweise. Ich weiß, die Gefährten sind nicht der größte Fan. Aber... Es ist effektiv. Äh, klein und geringe Magiker kommen hier, äh, das was wieder voll ist. Äh. 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 Und... Hier noch gegen. Mehr Zaubertränke. Und... So. Haben wir alles? Wir haben das Wichtigste. Mein Kampf. Was? Könnt ihr nichts gewinnen. Äh. Hab ich aber. So gut gewinnen. Also, jetzt gehen wir nochmal von hinten nach vorne. Alles durch, was die so haben. Gold. Silberne Zweihänder. Bücher. Gold. Die Dinger mit Armseliger. Und Amulett. Der könnte gerade meine Waffe aufladen. Das könnte man nämlich auch mit diesem Seelenstein machen. So. Ich trage zu viel. Kaiserlicher Bogen weg. Alte Nordkriegsachse weg. So. Das ist schwerer. Eindeutig. Silberschwert. Verkohltes. Und die Beschlange Rüstung nehme ich nicht mit. Silberne Hand. Hier auch. Den habe ich ja schon. Den Ausdauertrank. Nehme ich sowieso mit. Ist das Neurad? Ne, Weißkaffe. Graugrö. Da nehme ich nur das Gold an mich. Oh, ne Kiste. Goldeisenstiefel lohnt sich nicht. Graugrö. Nehme ich nur das Gold an mich. Und hier nehme ich auch das Schwert. Das. Den Papierstaub brauche ich nicht. Ach schön. Ja. Okay. Oh mein Gott sind hier viele Leintücher. Also alles sortiert und geordnet. Was passiert wenn man da die Ordnung ein bisschen, ich sag mal, individualisiert. Das sieht aus wie eine Endkampfhalle. Was ist das? Ach so eine Tür die ich ausschließen kann. Neh, das sieht so aus wie so eine typische Endkampfhalle. Großer Raum. Hoher Raum. Mit, äh, ja. Schlüssel, hey. Dann kann ich bestimmt hier das aufschließen, oder? Nein. Okay, okay. Äh, hier war doch keine Gebrä... Ge... Ich kann dieses Wort nicht, ne? Begräbnis... Urne. So. Und noch eine. Ge... Äh, noch ein Ding. Ach ja, ich brauche eindeutig mehr... Tragfähigkeit. So. Und... Äh, ja. Ich... Sehe gerade, dass die Ladung gerade wieder fast voll ist sogar. Naja, die Sasgeva... Oder Sheva, oder irgendwer da so sprechen soll. Wahrscheinlich. Ja, ich hasse... Das. Diese Teile, weil die machen einfach mal Gesundheit. Wobei, ich hab ja diese... Gesundheitsteilungsteile dabei. Krankheitsteilungsteile. Das ist das, was hier geht natürlich auch. Oh, Geschaffheitsschaden. Das ist natürlich auch schon... Ach, ne, du Vizentür. Ja, die müsste ich sogar aufkriegen können. Da ist dann wahrscheinlich so ein... Ja, Drankwinter. Super. Äh, das hat sich ja nicht mehr wirklich gelohnt. Achimila worden? Na ja. Ist jetzt nicht so, dass ich das unbedingt machen will. Jetzt gerade. An dieser Position. Ich sah ganz Rauch und so. Ach nein. Spinn. Na klasse. Gib du mal vor. Die möchten nicht vergiftet werden. Ja. Du machst jetzt Gehwer. Fuck, du machst jetzt Gehwer. So, hier und ich mach... Den größten Gegner, den es gibt. So, hier kann ich direkt darauf anwenden. Oh nein. Eierbeutel? Ach, Spinnerei. Ich dachte, jetzt kommt noch einer vom Hebel gefallen. War das nicht irgendwo? Wir hatten das doch schon mal, ne sogar. Doch mit irgendeinem hatten wir das schon mal. Insekt ist es natürlich kaum. Hat Töpfchen da standen auch schön. Da ich hätte gerne eine Anzeige, wie das da steht, wie lange die noch vergiftet ist. Die Verkürzung wahrscheinlich nicht, ne? Gold. Gold, Gold, Gold. 60 brauche ich für zweihändig. Weiß ich noch. Ich bin die nächste Stufe. Wo geht es hier lang? Hier geht es nix wohin. Das ist alles für ein lausiges Artefakt, was ich bergen muss. Das sind auch schon wieder... Ich weiß nicht, wie viele Folgen... Also wie das hier aussieht... 2, 3, 3 wären es wahrscheinlich. Nur hierfür. Okay, das sieht mehr nach dem Endgegnerraum aus. Äh, ne, 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 ach ich jetzt. Ich werde alles kombinieren. Magie, Schwert... Und Gesang. Wort, der macht gelernt. Feuer, Feuer, Atem. Aha. Fragment. Und was haben wir hier noch? Wir haben Seelensteine und Heilungsträcker. Wir bringen das Fragment in mein Besitz. Das ist doch kein Endgegner. Wurde an mich gerade. Tor. Oh, viel Geld. Seelensteine steigert die Fähigkeit schwere Rüstung und 12 Punkte. Hey. Oh, oh, das ist jetzt noch relativ viel wert, was da alles ist. Ist doch ein Endgegner? Naja, okay. Naja, okay. Ist nicht großreich geladen. Was? Was? Was ist das? Also, oh Gott. Tja, also hier. Die Augen machen auch so schöne Schlier. Die Dinger dabei. Rüst, Dauer, Tränke und Geld. Das sind immer die schönsten Sachen. Ach, die kommen langsam aus ihren... ...Sergens. Das ist das, also. Oh Gott, komm rein. Yo, yo, yo. Tag, 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 Uhrloser drauf. Oh, ja, tja, tja, tja. So, äh. Man kann immer wenigstens schön... Jawoll. Aufs Gesicht. Das war eh hässlich. Na, Asch. Also, ein Gegner. Lukas. Und nochmal drauf. Einmal volles Brick. Und nochmal das Geld an mich nehmen. Und den Normalen und den Bamm. Und da kannst du auch nichts dagegen tun. Und Geld wieder annehmen. Ich werde hier noch reich. Ich werde reich. Ich glaube, der Ruhe lohnt. Eigentlich... Ich kann sich immer diese... ...Utschläge ausführen. Ruhe lohnt. Aber hier... ...der Geld. Ey, was ist denn da? Wie viel... Wie kommt die da denn noch? Meine Güte. Wie viel... Ich bin da... ...und du... ...und du... ...und du... ...und du... ...und... ...und du... ...und du... Ach du Kacke. Äh, Zerstörung. Ist halt der Wack. Warum? Weil der fast tot ist. Ich muss ihn beschützen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Zum Glück ist das ein Erdkampf. Ey. Mir werdet ihr nicht entwischen. Nein. Werdet. Gar nicht hier ohne. Hier ist eine Treppe. Ruheloser. Ey. Da ist noch einer. Ey, ey, ey. Ey. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Na, das war wenigstens die Ehre. Wir müssen nach Yorvaska zurückkehren. Ja, Traugere. Und Abitüsten und Gold. Eieieieieiei. Und da war noch Gesprächsoptionen. Wir müssen nach Yorvaska zurückkehren. Die Gefährten sind Werwölfe. Das frage ich ihn in der nächsten Folge. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.